was geht ab du willst deine füße war schon ja aber nicht hier drin wir gehen jetzt gleich dazu den waschbecken okay doch nicht hier drin junge es ist echt fast unmöglich so ein ding hier sauber zu halten wenn man mit vier kindern reist tut mir leid weberwolf das ding ist super aber ich glaube es gibt kein wohnmobil was groß genug ist für vier kinder camp macht uns auch übelst viel spaß das einzige ist man sollte campen gehen wenn man keinen kleinen gauner dabei hat der immer stiften geht der geht immer zu den ganzen anderen campern hier und und erzählt den irgendetwas vom wilden esel die sind überall so komische bären auf dem boden deswegen musste ich die markise auch sauber machen weil die bären haben sich dann darin verfangen als ich zugemacht habe und ich musste jetzt sauber machen damit ich das wohnmobil auch anständig an weberwolf zurückgeben kann hier das sind die das sind solche bären oder was weiß ich was das sind die früchte davon und die sind jetzt innerhalb von zehn minuten schon wieder drauf das heißt ich werde hier die markise nicht mehr aufmachen sondern mir mein eigenes zelt aufbauen weil das halt kacke wenn man die mit da rein zieht dann dann versaut man dieses ganze tuch deswegen muss jetzt einmal reinigen und dann wahrscheinlich drin lassen dieser tisch da ist echt super mit diesem schlauch sauber zu machen und dieser schlauch ist auch irgendwie richtig cool ich weiß nicht warum hier kommt immer nur so schubweise wasser und erfüllt sich dann ist quasi wie so ein druckspeicher das ding ist echt cool hat wie bei wolf auch mit in diesem ding gehabt ich hätte an sowas nie im leben gedacht wir haben uns überlegt in dem urlaub machen wir nur das was die kinder wollen und die wollen heute nicht in die stadt fahren mit dem ding hier sondern in den aquapark was für eine überraschung wir brauchen jetzt so ein paar sachen ein zahnstocker für der anna ihr handy wieder in stand zu setzen ohne wäscheleine da aber leider keine dabei ich denke es echt übertrieben cool ich verlinke euch das in der video beschreibung das sollte echt jeder haben der campen geht der kleine schläft der kleine gaune der terrorist und ich hole jetzt noch salat dresse ich da 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 So, jetzt kommt echt eine schöne Sache. Jetzt gehen wir laufen und du fährst Fahrrad. So, Noah. Perfekt. Hier, guck mal. Einmal frei. Ich bin solidarisch mit dir, Noah. Ich habe auch T-Shirt aussetzt. Fuck, man. Hier geht es auch nicht weiter. Da ist echt ein bisschen Kacke an diesem Campingplatz. Der ist irgendwie direkt an so einer Hauptstraße gebaut und da ist dann der Gardasee. Das ist echt Kacke. Man kann hier nirgendwo irgendwie so ein bisschen mit den Kindern laufen oder Fahrrad fahren. Das ist ein bisschen... Oh, fuck. Die Kalorien holen wir uns jetzt direkt wieder rein. War nicht meine beste Zeit, aber war trotzdem schön. Aber ein bisschen was. Raphael möchte nochmal einen Spur. Ja. Den Gardasee gesehen. Ja, Rafi, komm was malen. Hier geht gerade richtig Post ab. Wir wollten eigentlich grillen. Dann haben wir gesagt, wir holen was hier oben, aber jetzt können wir nichts holen, weil es schon eine ganze Weile so am Regnen und jetzt müssen wir Reste verzehren. Guck mal da, unten, hinten. Ganz, ganz nah an unserem Ding dran. Ja. Ist schon richtig der Bach. Hammer. Läuft? Ja, ich hab nur mein Ohrring hier. Ja. Hat aufgehört und ist jetzt auch wieder ein bisschen heller geworden. Alles steht noch. Papa! Papa! uloas! Ja. Wo! Junge! Papa! 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 Wo! A che fic! pirate! Papa! Marco! 있나ры Yes! meinehop ferdeile, 愛! Alter! Papa! So, das war's für heute, heute passiert nicht mehr viel, ähm, ja, wie gesagt, macht bock der Urlaub, ne, es ist ganz cool, ist zwar ein bisschen alles drunter und drüber mit sechs Personen, aber ich glaube, das bleibt nicht aus. Untertitelung des ZDF, 2020